Hattet ihr Glück beim Sammeln dieser Zutaten? Egal was ihr wollt, ich will's nicht hören. Ich kann meine Experimente erst abschließen, wenn ihr mir diese Zutaten gebracht habt. Beeilt euch doch bitte. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Schön euch zu sehen. Endlich mal jemand, der... Mein Mann, Bernd. Oh, wie gütig. Danke. Nehmt euch dort draußen in Achtung. Was für eine landweilige Unterhaltung. Grüße, geschätzte Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass Woli euch ein paar... Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Lady Rifa. Mögen die Garten für euer gütiges Herz sehen. Wollt wohl sehen, wie... Danke für den Segen. Ich werde dafür gute Verwendung haben. Denkt daran. Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Das Verbrechen und die Korruption in Rifthun setzen ihm ganz schön zu. Ein Amulett? Danke. Ich werde es mit Ehren teilen. Und ob. Ich würde gerne an eurer Seite stehen, bis die Göttlichen uns holen, wenn ihr mich wollt. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Wie es scheint, habe ich noch viel zu lernen. Ich habe... Ich besuche den Tempel manchmal, aber vielleicht nicht oft genug. Danke, dass ihr mir das gebracht habt. Passt auf euch auf. Hier ist es nicht sicher. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Aber not ins Reiten. Vielen Dank nochmals für die Eisgeistzähne. Ihr glaubt also zu wissen, was Schmerz bedeutet? Oh, ihr schon wieder. Was? Schaut. Meine Religion ist der gute alte Septim. Alles andere ist Zeitverschwendung. Die Diebesgilde bemüht sich, nach Kräften in dieser Stadt wieder Fuß zu fassen. Doch Gerüchten zufolge zerfällt sie von innen heraus. Unseres... Interessant. Ich werde mir das mal ansehen. Danke. Verzieht euch einfach. Benutzt ihr sie nicht einfach. Ich Das war's für heute. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch... Oh, was? Ja, schon recht. Ich selbst ziehe die Lehren der Dibella vor. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Es ist... Vielen Dank. Ähm, und möge ihr Segen auch auf euch ruhen. Gewiss, geht nur. Es ist euch ja sowieso einerlei. Svana? Hat diese vom Skoma vernebelte Idiote in die Luva uns schon die Miete gezahlt? Oder hat sie weitere Ausflüchte? Sie sagte, sie würde es bald... Ich glaube... Oh, interessant. Ich werde es heute Abend lesen. Bleibt wachsam und vertraut niemandem. Ich werde es heute Abend nennen. Ich werde es gerne besuchen. Dann sind wir die Miete. Und wenn wir nicht mehr in die Miete gehen, sind wir nicht mehr in den Miete. Und wenn wir die Miete kommen müssen. Miete Eurohörungen sind darauf die Miete. Wir werden von mir, dass sie zuerst spüren. Miete Eurohörungen sind auch einfach. Und wenn es ihr euch nicht gemacht hat, Soll ich euch mitnehmen? Auf Wiedersehen. Hofgrä... Ich werde es versuchen. Vielen Dank. Ich gehe dann mal wieder. Ihr wart ein... Hätte Mara das arme Tier doch nur gerettet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei mir gibt es das beste Essen in ganz Himmelsrand. Immer absolut fertig. Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Die göttliche... Danke. Möge Mara auch euch segnen. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Hallo, Boli. Was macht das Angeln? Es läuft. Die Arbeit in der Fischerei von Rifthorn ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Beim Reich des Vergessens. Was wollt ihr? Hervorragend! Ich hatte noch etwas Kleinholz für meinen Küchenherd gebraucht. Ich glaube, wir sind fertig. Willkommen. Ich werde es lesen. Danke. Kommt zurück und schaut mal wieder vorbei. Ich habe keine Zeit für sinnloses Geschwätz. Was gibt es? Ich bin hier der Bra... Was soll der Unsinn? Pah! Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit. Ich bin hier der Bra... Es war schön, mit euch zu reden. Such dir... Mara hilft nur jenen, die ihren Zehnten abgeben können. Das ist Unsinn. Also gut. Such dir etwas Bestimmtes? Das ist Unsinn. Ihr habt... Ich habe nicht die Absicht, mich zur Religion hinzuwenden. Die Bäume... Es scheint mir eine gute Sache zu sein. Ich werde es mir ansehen. Also gut. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Ihr kommt zur falschen Zeit. Ich habe gerade jemanden verloren, der mir sehr nahe statt. Ja? Was gibt es? Willkommen! Erlaubt mir euch den... Was benöt... Wunderbar! Wunderbar! Einfach wunderbar! Mara ist uns heute wohlgesinnt. Erlaubt mir euch ihr Geschenk zu geben. Einen wahren Segen, der euch in Notzeiten helfen wird. Verzagt nicht, denn ihre Wärme wird euch ewig schützen. Gute Reise, mein Kind. 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 Wie kann ich nicht behaupten? Was ist so etwas wie ein Buch? Zu Besuch in Rüfton? Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Was immer ihr auch gut macht, weiter so und ihr habt eine treue Kundin gewonnen. Könnt ihr mir irgendetwas interessantes erzählen? Wollt ihr etwas kaufen oder sei es mit alles, was ich in der Auslage habe? Okay, I'm trying then. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Nochmals danke für die Lieferung nach Markarth. Was kann ich für euch tun? Grüße, geschätzte Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Passt auf euch auf, Landläufer.